Mit mir geht das? Ja, Hals Marona. Warum? Ich spiele ja nicht mehr. Wir stehen voll hinter die Mannschaft und peitschen sie nach vorne. Da kann alles passieren. Ich bin echt überrascht. Jetzt bin ich raus. Bin ich live? Ja, es geht. Du bist auf jeden Fall gespannt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht.